Herr Wieber, für mich sah das über weite Strecken einfach nach zu wenig aus. Es ist richtig, dass es nach außen sicherlich aussah wie zu wenig. Allerdings ist es einfach so, wir müssen mal die Fakten auf den Tisch legen. Wir haben diese Woche zu sieb trainiert. Wir haben sowieso schon einen sehr kleinen, dünnen Kader, mit dem wir in die Runde gestartet sind. Und jetzt fehlen sage und schreibe acht Spieler und wir haben heute im Prinzip mit dem letzten Aufgebot gespielt. Wir haben auf der Bank noch einen Spieler gehabt, der Marke Dahmen unter der Woche gehabt hat. Wir haben mit zwei Spielern von Anfang gespielt, die unter der Woche Krippe gehabt haben. Und das war schlussendlich das letzte Aufgebot, mit dem wir heute gespielt haben. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, denn es war jeder Spieler hat alles gegeben. Die Spieler sind fix und alle. Wir haben einen Spieler auf dem Platz, der hat vor ein paar Wochen noch den Blinddarm rausoperiert bekommen. Und wenn man das alles in Summe sieht, dann ist es nicht verwunderlich, dass es dann irgendwann an so einen Punkt kommt, wie wir jetzt heute waren. Denn wie gesagt, wenn man unter der Woche zu sieb trainiert, so wie man trainiert, so spielt man. Das ist alte Weisheit. Es wird zwar immer wieder so lapidar herausgerätet, aber es ist halt doch was dran. Und das Problem ist einfach, dass wir heute nichts nachlegen konnten und eh schon mit einer angeschlagenen Mannschaft ins Rennen gegangen sind. Gegen Östringen, die bisher richtig gute Runde spielen, die eine stabile Mannschaft haben. Das haben wir heute auch gesehen. Und sie haben recht. Wenn man jetzt den Vergleich sieht, gegen Östringen, da war das, um was Zählbares zu holen, sicherlich zu wenig. Die geringe Anzahl, ist sie nur Krankheiten geschuldet oder gibt es da noch andere Gründe? Ja, wir haben Krankheiten, wir haben Auslandsaufenthalte, Auslandssemester und so weiter. Und wie gesagt, wir sind eh schon mit einem relativ dünnen Kader in die Runde gestartet. Angesichts dieser Tatsache, dass Sie so einen geschwächten Kader haben, waren Sie mit der Leistung zufrieden oder konnten Sie umsetzen, was Sie sich vorgenommen haben? Natürlich ist man nach einer Niederlage 0-3 kann man nicht zufrieden sein, das ist schon das Erste. Aber ich bin damit zufrieden, dass jeder Spieler alles gegeben hat, alles reingeschaut hat, was er heute im Tank gehabt hat. Ich kann keinem Spieler einen Vorwurf machen, dass er nicht alles gegeben hätte. Das ist mal Fakt. Und wenn man unter der Woche Grippe hat, mal gedarmt und so weiter, was will man dann am Wochenende erwarten? Da kann ich erwarten als Trainer, dass wirklich jeder alles gibt. Und es hat heute jeder alles gegeben. Und der Gegner hat einfach zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und dementsprechend unterm Strich natürlich auch das Spiel verdient worden. Wie werden Sie jetzt versuchen, die Situation zu verbessern und wie geht es jetzt weiter? Ja, wir müssen natürlich versuchen, dass wir so schnell wie möglich die Wunde lecken, dass wir die Spieler so schnell wie möglich fit bekommen, die Spieler, die in unserem Kreis sind. Und dass wir einfach wieder schlagkräftige Truppen auf den Platz bekommen. Wir haben heute noch zwei Experte-Spieler gehabt. Da wird einer nächstes Wochenende wieder dabei sein und im großen Ganzen einfach weiterarbeiten, versuchen, dass wir wieder Stabilität reinbekommen. Und wie gesagt, das hatte schon den Sinn, warum ich auf die Euphoriebremse getreten habe nach den ersten vier Spielen mit acht Punkten, weil einfach die Gefahr da war, dass es irgendwann so kommt, wie es ist. Ich meine, es ist klar, wenn man mit einem dünnen Kader in die Runde geht und dann hat man noch ein Gelb-Rot gesperrt, hat noch Sonnen gesperrt, hat noch kranke, verletzte Spieler. Ist klar, das irgendwann ist mal das letzte Aufgebot. Und wenn man mit dem letzten Aufgebot spielt, dann muss man einfach von der Mannschaft erwarten, dass sie alles gibt, was noch im Tank ist. Und das haben wir heute versucht und es hat leider nicht gereicht.